Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tagestaro am 16. November 2017 Sex der Stäbe Wir können heute die Frage stellen, was bringt mir Erfolg? Oder wie erreiche ich meine Ziele? Wie bin ich erfolgreich? Diese Karte bedeutet aber auch Optimismus, Möglichkeiten, Chancen. Es wandelt sich auch in alles in die richtige Richtung. Kann auch bedeuten Lob und Anerkennung oder eine Prüfung, was wir gerade bestehen. Eine Schulung, aber das kann auch die Schicksalsprüfung sein. Auf jeden Fall, es ist eine wunderbare Karte, was uns verspricht. Lob, Anerkennung und auch Erfolg. Alles, was wir gerade vorhaben, führt zum Erfolg. Diese Beschreibung ist natürlich allgemein, aber ich kann auch die Frage stellen, welche Energie verbinden Sie sich gerade? Und wie geht es weiter? Die Entscheidung, die Richtung. Und wenn Sie etwas unsicher fühlen oder haben Sie schon die Entscheidung getroffen, aber brauchen Sie eine Bestätigung, können Sie gerne die Blitzberatung buchen. Oder haben Sie Fragen, wie denkt er an mich, kommt er wieder zurück, wird er sich trennen und kommen wir zusammen? Oder bleibe ich in diesem Arbeitsplatz? Soll ich mich neu bewerben, irgendwo eine andere Arbeit zu suchen? Soll ich diese Schulung machen? Ich habe einen Gerichtstermin. Wie geht es aus? Kann ich diese Reise buchen? Wie verbessere ich meine Finanzen? Da vielleicht ein Rat zu holen? Und, und, und. Es sind Fragen, was unseren Alltag betrifft. Und es sind auch sehr wichtige Fragen. Und ein guter Rat ist natürlich der Goldwert. Und da empfehle ich die Blitzberatungen. Und es funktioniert bei E-Mail. Sie beschreiben Ihre Lebenssituation, stellen Ihre Frage und ich beantworte diese E-Mail-Splitz schnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und ich möchte noch etwas erwähnen. Ab sofort habe ich meinen Shop und es befindet sich unter www.tenderasusannamedici.com Und Sie können jetzt schon die Ware bestellen. Und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Tenderasusannamedici.com Vielen Dank. Vielen Dank.